Und dort musst du dann umsteigen. Von der Rätischen Bahn in die SBB. Das weiss ich denke schon. Mama hat es mir genau erklärt. Hoffentlich auch. Sonst steigst du noch in einen letzten Zug und statt auf Zürich fährst du auf Wien. Oder auf Budapest. Oder auf Belgrad. Oder vielleicht sogar auf Istanbul. Wäre das noch weiter als Zürich? Ich glaube es fast. Aber sag mal. Hast du auch Kurioses in deinem Rucksack? Das sind Stöckchen, um den Weg zu markieren. Auf dem Gletscher, weisst du? Du denkst ja an alles. Der Papa hat gesagt, ich soll. Ja. Dein Papa. Das ist ein gescheiter Mann. Der ist so gescheit, dass er sicher noch einen schönen Tag noch Bundesrat wird. Mein Papa? Bundesrat? Jetzt kiesst du mir aber einen Faulen an, gell? Sehst du jetzt? Weil du der gescheite Junge von so einem gescheiten Papa bist, hast du das jetzt gerade gemerkt. Und zur Belohnung darfst du ein Stück weit auf meinem Esel reiten. Sicher? Oh, das ist dann super. Also kannst du deine Beine bitte schonen. Du hast nachher noch weit genug. Für den Esel ist ein Ringerberg aufgegangen als die Fuss. Aber leider musste Maurus bald wieder absteigen. Dort nämlich, wo der Weg zum Balz seinen Maiesees links abgebogen ist. Also, gute Reise. Und pass auf, wenn du über den Schnee musst. Weisst du, in so einer Gletscherspalte ist es kalt und ziemlich ungemütlich. Ich passe schon auf. Ciao, Balz. Ciao, Eseli. Bevor er zum Gletscher gekommen ist, hat Maurus aber eben noch an dem alten Bergwerk vorbei müssen. Der Weg, der Duffe, war eigentlich eher nur ein Pfad. Und wie er seinem Papa ja gesagt hat, an verschiedenen Stellen ist ein Teil des Pfads abgebrochen und in den Abgrund runtergefallen. Er war ganz vorsichtig, immer auf der Bergseite und so nah wie möglich an den Felsen gelaufen. Und wenn der Weg besonders baufällig ausgesehen oder sogar Risse hatte, dann hat er zuerst immer mit seinem Bergstock probiert, ob es noch hätte, bevor er darauf gestanden ist. Auf diese Art ist er natürlich nur langsam vorwärtsgekommen. Aber das war ihm gleich. Er hat sich, während er vorsichtig ein Fuss voreinander gestellt hat, in aller Ruhe vorstellen können, wie es vor 100 Jahren hier oben zu und her gegangen ist. Sein Grosspapa, der Neni, wie man in Bündnerland sagt, hat er manchmal von dieser alten Gold- und Silbermine erzählt. Vom Goldgräber Toni und vom Silber Silvio. Das waren die zwei ganz kuriosen Vögel. Der Silvio, ein Italiener, und der Toni, ein Tiroler. Zuletzt haben die nur noch die zwei hier oben gehaussert und tief im Berg drin nach Gold- und Silbergraben. Die Leute im Dorf unten seien es unheimlich vorgekommen. Vielleicht, weil man gewusst hat, dass beide schon in der halben Welt rumgekommen sind und eine Menge verrückte Abenteuer erlebt haben, bevor das Schicksal sie hier oben in das einsame Pündner Bergwerk verschlagen hat. Der Maurus hatte eine lebhafte Fantasie. Er konnte sich ganz gut vorstellen, wie der Goldgräber Toni und Silber Silvio in einem dunklen, tiefen Stollen, beim flackerigen Licht einer Petrolpfunsel, den Pickel geschwungen und Stein um Stein aus der Stollenwand herausgepicklet haben. Die Untertitelung des ZDF, der Scholz mit Stollenwelt mit Stoß, der